Wenn es um Fußball-Nationalmannschaften geht, dann reden wir häufig über die Nationen, die gerade am erfolgreichsten sind. Brasilien, Belgien, Deutschland, Frankreich. Aber über die kleinen, schwachen, eher unbekannten Nationalmannschaften wie Eritrea, Makao, Neukaledonien oder Niger lassen wir dabei meistens außen vor. Heute drehen wir mal den Spieß um, denn heute geht es um die 10 schlechtesten Fußball-Nationalmannschaften der Welt. Platz 202 Somalia Somalia, amtlich Bundesrepublik Somalia, ist ein Staat mit rund 15 Millionen Einwohnern und liegt im Osten am Horn von Afrika. Obwohl Somalia das mit Abstand größte Land in diesem Ranking ist, bekommt das Land nicht hin, eine ordentliche Nationalelf zu bilden. Von 2010 bis 2019 verlor Somalia jedes ihrer 22 Länderspiele hintereinander und schossen dabei nur zwei eigene Länderspieltore. Heute verliert das Land zwar nicht jedes einzelne Länderspiel, aber zum Vergleich von damals konnten sich die WoOcean Stars zumindest steigern. Platz 203 Gibraltar Gibraltar ist einer der eher bekannteren Nationalmannschaften auf dieser Liste. Gibraltar ist eigentlich kein Land, sondern ein kleines Überseegebiet der Briten, was seit 1895 einen eigenen Fußballverband besitzt, der 2016 in die FIFA aufgenommen wurde. Gibraltar ist halt eine eher recht junge Nationalmannschaft, die sicherlich in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr zu den schlechtesten der Welt gehören. Letzte Nations League Saison beispielsweise hat es Gibraltar geschafft, ihre Liga D in ihre Gruppe zu gewinnen und darf deshalb nächstes Jahr in der nächsthöheren Liga aufsteigen. Wo die kleine Halbinsel jedoch sich noch verbessern muss, ist bei Qualifikationskampagnen zur Welt- und Europameisterschaft. Denn dort konnte Gibraltar, seitdem sie daran teilnehmen durften, nie einen Punkt in der Quali ergattern. Platz 204 Eritrea Eritrea amtlich Staat Eritrea ist genauso wie Somalia ein Land im Osten Afrikas. Der Staat Eritrea hat sehr starke Probleme beim Thema Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Menschenrechte und wird deshalb häufig als Nordkorea Afrikas bezeichnet. Nach einem Turnier in Kenia im Jahre 2009 stand Eritrea plötzlich ohne eine eigene Nationalelf da, weil sich die Spieler geweigert haben, ins Land zurückzukehren. Heute hat zwar Eritrea wieder eine Mannschaft auf den Rasen, aber keine gute. Der Marktwert von Eritrea beläuft sich aktuell bei 4000 Euro und davon haben nur zwei Spieler überhaupt einen Marktwert. Platz 205 Sri Lanka Sri Lanka, bis 1972 unter Kalon bekannt, ist ein asiatischer Inselstaat und liegt im Süden des Subkontinent Indien. Die Fußball-Nationalauswahl von Sri Lanka gehört nicht nur zu den schlechtesten und schwächsten in Asien, sondern auf der ganzen Welt. In den letzten 25 Länderspielen holte man insgesamt 19 Niederlagen, 4 Unentschieden und nur 2 Siege. Auch wenn Sri Lanka aktuell nicht zu den Besten der Welt zählt, gewann man immerhin 1995 die Südasien-Meisterschaft und 2010 wurde man Zweiter im AFC Challenge Cup. Platz 206 Turks und Caicos Inseln Die Turks und Caicos Inseln sind ein britisches Überseegebiet in der Karibik und setzt sich aus, wie im Namen schon gesagt, aus zwei Inselgruppen, Turks und den Caicos Inseln zusammen. Auch dieses britische Überseegebiet hat eine eigene Fußball-Nationalauswahl, die seit 1998 Mitglied in der FIFA sind. Seit ihr erstes Länderspiel 1999 wird die Inselgruppe regelmäßig geklatscht. In den letzten vier Länderspielen bekam die Insel insgesamt 32 Gegentoren eingeschenkt und schossen selbst kein einziges Tor. Platz 207 Guam Guam ist die größte und südlichste Insel des Mariannen-Achipiels im Westpazifischen Ozean und gehört politisch zu den USA. Auch diese Insel hat ihre eigene Fußball-Nationalmannschaft, die sowohl Mitglied in der FIFA als auch im asiatischen Kontinentalverband sind. Guam gewann bis auf die zwei Spiele gegen die nördlichen Mariannen im Juni 2019 ihr letztes offizielle Länderspiel. Die Mannschaft und der Kader von Guam ist so schlecht, dass 2019 sogar ein Spieler aus der siebten deutschen Liga sein Nationalmannschaftsdebüt feiern durfte. Platz 208 Amerikanische Jungferninseln Genauso auch wie Guam sind auch die amerikanischen Jungferninseln ein Außengebiet der USA, nur mit dem Unterschied, dass dieser in der Karibik liegt. Seit FIFA-Beitritt 1998 konnten die amerikanischen Jungferninseln insgesamt 55 offizielle Länderspiele bestreiten und gewannen davon nur sieben Stück. Wenn man sich auch die Insel noch auf Transfermarkt.de anguckt, dann hat bis auf Lionel Brown keiner überhaupt einen Marktwert. Platz 209 Britische Jungferninseln Es gibt nicht nur die amerikanischen, sondern auch die britischen Jungferninseln. Die britischen Jungferninseln sind zum Gegensatz zu den amerikanischen schon länger am Fußball-Business unterwegs. 1968 wurde erstmals die Mannschaft gegründet, 1973 der Fußballverband und ein paar Jahre später wurde auch dieser dann in die FIFA aufgenommen. Auch wenn die britischen Jungferninseln schon länger dabei sind, waren sie nie so richtig erfolgreich und belegen in der FIFA-Weltangliste regelmäßig die unteren Plätze. Außerdem gewann die Jungferninseln seit Oktober 2010 nur ein einziges Länderspiel und bekommt dazu auch noch häufig richtig heftige Klatschen. Platz 210 Anguilla Auf dem zweitletzten Platz ist die Fußball-Nationalmannschaft von Anguilla. Anguilla ist eine 96 Quadratkilometer große Insel und ist eines von mehreren britischen Überseegebieten in der Karibik. Der Fußballverband von Anguilla wurde 1990 gegründet und trat 1994 der CONCACAF und 1996 der FIFA-Ball. Heute 2022 gehört Anguilla mit Abstand zu einer der schlechtesten Nationalmannschaften aller Zeiten. Diese britische Insel spielte insgesamt 43 offizielle Länderspiele und gewann davon nur drei und auch dreimal spielte man nur unentschieden. Anguilla wird dazu auch noch regelmäßig von kleinen und anderen Nationalmannschaften abgeschossen und selbst vor kurzem verlor man gegen Panama 13 zu 0. Der letzte Sieg war 2010 gegen San Martin, also über 10 Jahre her. Wenn man sich den Kader von Anguilla auf transfermarkt.de anguckt, dann hat kein Spieler einen Marktwert und auch kein Spieler überhaupt ein Spielerbild. Deswegen Anguilla zu Recht auf dem zweitletzten Platz. Noch schlechter als Anguilla ist auf Platz 211 San Marino. Ach, zu San Marino brauche ich eigentlich nichts mehr sagen. Guckt euch einfach mal die All-Time-Bilanz an. 182 Spiele, 175 Niederlagen, 6 Unentschieden und einen einzigen Sieg. Dieser Sieg war ein Freundschaftsspiel gegen Lichtenstein. Gegen Lichtenstein 1 zu 0. Und das war in April 2004. Ich bin im März 2004 geboren. 18 Jahre haben die kein Spiel mehr gewonnen. Also, wenn man sich das anschaut, San Marino verdient auf den letzten Platz. Was glaubt ihr, welcher dieser 10 Fußball-Nationalmannschaft wird am ehesten erfolgreich? Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Nur zur Info, ich habe dieses Ranking aus der FIFA-Weltrangliste genommen. Aus dem Monat März, April. Es gibt noch eine Alternative. Elo-Weltrangliste, da ist auf dem letzten Platz Palau. Wenn ihr wissen wollt, was die schlechtesten WM-Teilnehmer aller Zeiten sind oder was die höchste Niederlage in der Geschichte des Fußballs war, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Das war's im Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.